Was ist die Regierung in Deutschland? Was ist die Regierung in Afghanistan betrieben hat? Über eine Million, die in Afghanistan immer wieder fliehen müssen und neue Flüchtlinge aus Pakistan und Iran, die zurückgeschickt werden. Deshalb ist es einfach unverantwortlich, noch mehr Menschen zurückzuschicken aus Europa nach Afghanistan. Wir wollen Stopp der Rüstungs- und Waffenexporte nach Afghanistan und stattdessen Grenzen auch für die Menschen, die aus Afghanistan hierher kommen. Sie brauchen unsere Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank.